jo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal ja leute ihr seht schon wir sind halt wieder in GTA-Kunde mit Christian und Dario jo leute, jo leute was geht und damit auch herzlich willkommen auf meinem kanal und ja jetzt gibt es mal wieder eine neue folge von The War da ist nämlich jetzt schon der dritte part also auch auf jeden Fall direkt schon mal ein Like raus wenn ihr ein Buch habt ja so Dario ist auch dabei ja leute herzlich willkommen auf meinem kanal und ja wie schon Christian sagt ist heute auch der dritte part und ja und jetzt halt heute einfach der dritte part und mal sehen wer heute gewinnt und ja mehr habe ich jetzt auch nicht so zu sagen ja gut leute also ich warte jetzt wir warten jetzt noch mal kurz 10 Sekunden dann beginnen auch schon wieder die 2 Minuten 5 Sekunden noch 4 3 2 1 0 let's go runterspringen ja also Leute was ich noch sagen wollte also wenn ihr jetzt die Regeln noch nicht kennt dann müsst ihr euch einfach die letzten Parts anschauen von der Serie oder wollen wir die nochmal erklären also guckt euch am besten noch mal ein paar 2 an der ist noch ganz so lange her ist ja mal am Wochenende am Samstag hochgeladen ja und auch sogar gemacht ja das ist alles sehr lange ja also wir dürfen uns natürlich wieder ein Fahrzeug seiner Wahl nehmen ein persönliches und ich weiß schon genau wer es jetzt nicht will also der erste Part ist schon sehr lange her Leute aber wer wird so hübs ja und Leute wir nehmen übrigens dieses Video grad am 28.03. auf also an einem Deck mit der Musik auf jeden Fall an so einem Mittwoch äh Dienstag ich sag schon mal Mittwoch auf jeden Fall ähm wollte ich noch kurz ankündigen dass ich vielleicht auf Twitch streamen werde aber ich bin mir nicht genau sicher Leute weil wir wissen nicht wie lange die Folge geht und so so eine Minute ist rum ja und ja Leute vielleicht ähm wenn ich es heute nicht schaffe an dem Dienstag werde ich wahrscheinlich das Video äh nicht das Video den Spimo am Dienstag äh Mittwoch machen am Freitag ist es halt ja geht das halt leider nicht weil der Timo nicht da ist also deswegen wenn ich es halt auf diesem Monat schaffe dann nur heute oder morgen ja und nächste Woche ist schon der noch 30 Sekunden ok ja Och Digga nur weil ich einen Unfall gebaut hab hab ich jetzt einen Stern bekommen ne da war so direkt eine Polizeistation wie ärgerlich wir kriegen dürfen wir uns noch nicht oder? ne nix na wir dürfen schon jemanden da herfahren 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 6 7 7 7 8 8 7 7 8 7 9 9 9 9 10 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 18 19 Ich hab das Gefühl in The War bin ich eher so der Jäger. Ja das stimmt. Ja ich muss halt demnächst mal so ein besseres Auto kaufen. Also halt so ein Sevilla passieren. Dann hab ich vielleicht... Also im Fall auch mal so... Leute, das ist sogar ein Paket mit B. LOL. Ne Leute, soll ich noch vielleicht... Oh Leute, das ist ein Symphonzellenattentat verfügbar. Aber ich geh jetzt nicht ran. Auf jeden Fall Leute, euch vielleicht schon aufgefallen, dass ich schon seit dem... Ich bin aus dem Kotz rausgepackt. Ah tut mir leid. Auf jeden Fall Leute, vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass auf meinem Minecraft Video, also das letzte Minecraft Video, das ich mit Timo aufgenommen habe, auf meinem Kanal Musik benutzt habe. Und ähm... Da sag ich mal so... Wird die wahrscheinlich jetzt in jedem Video geben, weil das ist halt die Musik Leute, bei der man jetzt kein Copyright bekommt, weil die glaube ich von Sony so selbst erstellt wurde. Und deswegen werd ich die Musik auch öfter nutzen, weil... Die ist halt eigentlich ganz cool. Die gibt sieben Minuten oder so. Und ja ich werd jetzt auch noch nie benutzen, Leute. Ja, ist auch eigentlich ganz gut, finde ich. Weil da muss man... Weil wenn es halt nur drei Minuten ist, dann braucht man halt länger das immer einzufügen und so. Und wenn es halt sieben Minuten geht, dann ist das halt guter Anfang. Also ist ganz gut, Leute. Und das find ich halt eigentlich ganz gut. Es gibt ja auch andere Musik, aber... Die hab ich jetzt nur genommen, weil ich halt bei mir sehr sicher bin, ob die man jetzt benutzen kann. Und ich find die auch am coolsten. Und ja, also es gibt manche, äh, viele andere Musiks. Die sind aber... Aber die sind Copyright. Ja, manche sind auch von Sony. Hallo Timo. Ah, du hast das hier. Ja. Sag mal so, du weißt, wie ich vielleicht nur, wenn auf gut Glück durch die Scheiben treffe, aber so bin ich so sehr stark gepanzert. Naja, ich bin eigentlich auch stark gepanzert. Ich hab's auch noch gerade abgegradet. Ja, aber du hast auch den Speedo Customs in der letzten Folge gehabt und da hast du mich dann mit einer Raketenfluss direkt geholt. Ich weiß. Vielleicht ziehen die ganze Zeit ab. Ach, warum haust du nur ab? Ah, jetzt hab ich die Polizei schon wieder am... Ja, aber das Ding ist, mein... mein MD ist glaub ich viel zu niedrig, dass ich jemanden treffe. Ich könnte höchstens Auto zersprengen. Ja, da ist einfach raus, da ist jeder aus. Wollte ich doch gar nicht, dicke... Und jetzt hab ich... Gal osoosse einen Platten? Ne, geht ja nicht. Ich hab' ja Sch deutsche Reifen. Ohhh'... Ich werd' angeschossen. Oho... H Todos... Heh! Jach so, dachte schomm... えっ, meine liebende L Mathyorsun изв prosperity. Sondern es wohne Ich mach' mich doch nichts... ANY politicien musste unsere motorcycle... Hä? Ey die Polizei, die nervt mich gerade. Ey jetzt holst du mich. Oh oh schütze. Ja ok, ich glaub dann läuft mein Auto nicht lang aus. Ich treff dich jetzt nicht so gut. Ja jetzt ist so, ja ist gut. Nein 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 nein. Soll bleiben. Boah GG. GG's. GG's. Das, das war schnell ey. Aber es war auch ein bisschen unfair. Weil ich und Team World tut mir leid. Alles gut. Ja gut, also letzter. Dann war es das schon von meinem Video. Christian warte kurz, soll ich dir sagen wie lange du am Leben warst Christian? Ja auch so. Warte kurz, 5 Minuten. Ja das lag wahrscheinlich sogar noch, da ich die meisten Welt beflüchtet bin. Das ist sogar überhaupt so. Egal, also Leute das war es dann auf jeden Fall von meinem Video. Schaut gerne bei einem anderen vorbei, weil da geht es dann natürlich logischerweise noch weiter. Und ja dann würde ich mal sagen, das war es dann auch schon. Ciao Leute. Ciao Leute. Und du bist rechert. Okay Leute, dann muss ich erstmal sagen, also es tut mir wirklich leid. Ja finde ich auch. Aber halt, das war sogar mein erstes Mal glaube ich, dass ich auch erstmal auch meinen Kill hatte. Also in der letzten zwei Folge hatte ich überhaupt gar kein Glück gehabt. Da bin ich ja... Doch, doch, doch. Du hast mich doch letztens gekillt, äh letzte Folge gekillt. Achso, ja stimmt. Aber ich meine jetzt nicht irgendwie zum Anfang, sondern halt erst so am Schluss meinte ich halt so. Und ähm, ja auf jeden Fall sorry da und Christian. Ich hoffe jetzt, dass ich gewinne. Weil ich habe mich so vorbereitet für das Video. Weil Leute es war wirklich auch von mir selber auch ein bisschen unfair. Ja, es tut mir leid Christian. Nächstes Mal mache ich es nicht mehr, okay. Auch wenn ich so eins habe. Alles gut. Tut mir leid, dass wir dich gesandwiched haben. Weil ich kam ja von der einen Seite und hab dich, ähm, gegen, hab dich gegen meinen, ähm, gegen, ähm, gegen, ähm, gegen, gegen meinen, ähm, gegen gedrückt. Ja, das ist ja eigentlich ziemlich lustig, Jo. Kann ich sogar. Guck mal, also auf der, von der einen Seite, von hinten kam es gut Timo. Und dann bin ich so nach vorne geflogen und da kam man ja mal direkt nach, Jo. Ja. Muss ich irgendwie sogar... Was? Ich hab Timo getroffen, Leute! Oha! Oha! Was? Ich hab durch die Scheiben getroffen, einfach. Was? Lol! Das war es schon. Hä, wie lang geht das schon, Timo? Oh. Zehn Minuten erst. Was? Okay, dann ist mal Füße. Oha! Ey, das kann noch nicht sein. Ich wie Kinden. Ich hab noch keinen einzigen Kill. Und ich hab zwei Kilds gemacht, Leute, ey. Ich, 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 ich will damit nicht angeben, aber das kann nicht sein. Aber trotzdem ist es, ich hab dich noch nie, gar keine Folge gehabt. Leute! Leute, seid gespannt auf die nächste Folge. Ich hab nen Plan. Okay. Ich weiß, was ich machen werde. Ich dachte, das Auto ist gut, was ich hier hab, aber... Das war ja auch gut, Timo. Nur ich hab dich halt durch die Scheibe getroffen. Ah, Mist, Mist, Mist. Halt, das Auto ist ja an sich ja nicht schlecht, sondern das ist eigentlich ganz gut. Nur ich hab dich halt durch die Scheibe getroffen. Hm. Na gut, Leute. Dann wollt ich sagen, in der nächsten Folge werde ich mir was überlegen. Ich werde mir ein richtig gutes Auto holen. Ich hab da schon so nen Plan. Und ja. Auf jeden Fall war's das jetzt von meinem Video. Es hat euch gefallen. Ja. Wir sehen uns im nächsten Video vertrauen. Und tschüss. Ja, tschau, Leute. Und ja, Leute, ich sag mal, das war von meiner Seite, also, ja, von dem Video auf jeden Fall, Leute, war das ne schnelle Runde. Und ja, auf jeden Fall, GG's an den Jungs. Auf jeden Fall auch der meiste GG auch an Christian sogar. Weil, da wurde so am schnellsten erledigt. Also, ey, das war echt, aber es war auch wirklich fies. Wenn ich ehrlich bin, war's wirklich fies von mir, also. Ja, passt schon, ey. Das ist alles gut. Es war ja nach dem Müll. Ja, weil trotzdem, das war schon ein bisschen zu eng, Leute. Das ist halt nicht so ein gepanzertes Auto und so. Naja, tut mir leid. Ja, ich hab's eh eh. Ich hab's noch im nächsten Mal in meinem Gepanzer gekauft, aber. Okay. Auf jeden Fall, Leute, wie gesagt, war's jetzt noch mit dem Video. Schaut doch bei meinen Jungs vorbei. Schaut doch gerne bei, ja, deren Kanälen vorbei, was, wie es bei denen halt ausschaut, wenn ihr's halt, ja, sehen möchtet. Und ja, lasst euch auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, oder? Bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute. Tschau, Leute.